Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen aus dem Studio Mainz. Angesichts der andauernden Demonstrationen in Hongkong wurde in den letzten Wochen von mehreren etablierten Massenmedien der Vergleich zu den Studentenprotesten von 1989 auf dem Tiananmen-Platz in Peking gezogen. Gibt es ein zweites Tiananmen-Massaker? titelte beispielsweise die Schweizer Zeitung 20 Minuten am 30. September 2014. Angeblich soll die chinesische Regierung 1989 die vermeintlich friedlichen Proteste mit brutaler Gewalt beendet haben. Hunderte von wehrlosen Studenten seien niedergeschossen worden. Sogar von Panzern, die Studenten, die den Platz verlassen wollten, überrollt hätten, wurde berichtet. Seither wird das Tiananmen-Massaker immer wieder erwähnt, um Chinas Regierung der brutalen Diktatur zu bezichtigen. Nicht, dass dieser Medienkommentar die Weste der chinesischen Regierung weißwaschen soll, doch muss die Frage erlaubt sein, auf welchen journalistischen Grundlagen die Berichterstattung über das erste Tiananmen-Massaker beruht, bevor von einem zweiten Tiananmen-Massaker gesprochen werden kann. Wir von Klagemauer TV sind dieser Frage nachgegangen. Mittlerweile gibt es erdrückende Beweise dafür, dass es in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 auf dem Pekinger Tiananmen-Platz weder ein Massaker noch Tote gegeben hat. Interessanterweise kann dies selbst im meistgenutzten Online-Nachschlagewerk Wikipedia nachgelesen werden. Der australische Ex-Diplomat Gregory Clark schrieb 2008 in der Tageszeitung Japan Times, dass Vertreter der chinesischen Regierung 1989 mehrmals erfolglos versucht hatten, mit den Demonstranten Kompromisse auszuhandeln. Später seien unbewaffnete Truppen eingesetzt worden. Diese seien jedoch von der wütenden Menge zurückgedrängt worden, sodass schließlich am 4. Juni bewaffnete Soldaten zum Einsatz kamen. Deren Fahrzeuge seien von den aufgebrachten Demonstranten in der Umgebung des Platzes in Brand gesetzt worden, häufig mitsamt den Soldaten. Im Zuge dieses Aufstandes gab es bedauerlicherweise hunderte von Toten in verschiedenen Teilen Pekings, Zivilisten und Soldaten. Die Zahl der Opfer schwankt von 200 bis mehrere Tausend. Aber was leicht vergessen wird, in Wirklichkeit hatte es Peking mit einem ausgewachsenen Aufstand zu tun, der bereits seit Monaten vor sich hin gärte und nun einen Höhepunkt erreicht hatte. Es handelte sich nicht um ein Massaker an wehrlosen Studenten. J. Matthews, der frühere Pekinger Bürochef der Washington Post, bestätigt, ich zitiere, Soweit man das den verfügbaren Beweisen entnehmen kann, starb in dieser Nacht niemand auf dem Tiananmen-Platz. Einige Menschen könnten bei gelegentlichen Schießereien in benachbarten Straßen ums Leben gekommen sein, aber unter anderen Umständen. Alle überprüften Zeugenaussagen beschreiben, dass die auf dem Platz verbliebenen Studenten friedlich abziehen durften. Ein spanisches Fernsehteam von Radio-Television Española, der Reuters-Korrespondent Graham Earnshaw, ein Filmemacher aus Hongkong, sowie ein Beobachter der Organisation Asia Watch waren die ganze Nacht auf dem Platz. Mit den letzten Studenten zogen sie am frühen Morgen kurz vor 5 Uhr unbehelligt ab. Sie alle stellen klar, es gab kein Massaker auf dem Tiananmen-Platz. Über die Journalisten, die die Geschichte von einem Massaker auf dem Platz 1989 in die Welt setzten, schrieb der damalige spanische Botschafter in Peking, Eugenio Bregolat, ich zitiere, Die meisten Berichte von dem behaupteten Massaker stammten von Journalisten, die in einiger Entfernung in der Sicherheit des Peking-Hotels Unterschlupf gefunden haben. Sie berichteten von Hotelbalkonen aus, allerdings rund 800 Meter vom Platz entfernt. All die genannten Indizien lassen also darauf schließen, dass es sich bei den Berichten von einem Massaker an wehrlosen Studenten um einen westlichen Propagandamythos handelt, um China negativ darzustellen. Denn natürlich wirkt ein Regime, das wehrlose Zivilisten massakriert, viel bedrohlicher, als eines, das mit Gewalt gegen Aufständische vorgeht. Die Berichte vom Massaker verselbstständigten sich in den Medien und wurden wieder und wieder verbreitet, bis sie sich als Tatsache in den Köpfen festsetzten. Meine Damen und Herren, die Beweislage ist erdrückend, wie hier von den Massenmedien auf der Basis von unüberprüftem Balkonjournalismus und immer wiederholten, ganz offensichtlichen Falschmeldungen berichtet wird. Angesichts dessen sollten Sie, werte Zuschauer, sich die Frage stellen, wie glaubwürdig die westlichen Medien über die derzeitigen Ereignisse in der Ukraine, in Hongkong und an anderen Brandherden berichten. Denn wer einmal lügt, dem traut man nicht. Deshalb hören Sie immer auch eine Gegenstimme. Sehen Sie sich unsere Sendungen an, wie beispielsweise den Medienkommentar vom 2.10.2014, Umsturzvorbereitungen in China, der Hintergründe zu den derzeitigen Ereignissen in Hongkong beleuchtet. Ich freue mich, Sie auch weiterhin bei uns begrüßen zu dürfen und verabschiede mich mit folgendem Zitat aus dem Deutschen Pressekodex Ziffer 2. Üben Sie, verehrte Zuschauer, sich auch heute wieder im zweiten Blick. Was sich nämlich derzeit in China, sprich Hongkong gerade entwickelt, entspricht ein und demselben Muster, wie es im Namen der sogenannten Demokratisierung seit Jahren überall in der Welt abgelaufen ist. Auch in Hongkong demonstrieren nun haknäckig zehntausende Menschen auf Straßen und Plätzen. Was aber treibt diese Menschenmassen mit einem Mal an? Wer hat sie mobilisiert und organisiert? Die chinesische Regierung spricht eine deutliche Sprache. Sie ruft über Fernseher und Radio eine unterwandernde Occupy-Bewegung dazu auf, ihre spalterischen und destabilisierenden Unternehmungen sofort einzustellen. Sie verweist dabei auf die Tatsachen, dass zuvor ein friedliches Zusammenleben möglich war und dass China, Kraft seiner Einheit, eine in jeder Hinsicht aufstrebende Nation werden konnte. Und in der Tat. Immer mehr Menschen aus aller Welt legen seit der Finanzkrise ihr Geld nicht mehr in ihrer eigenen Währung, schon gar nicht in Dollars oder Euros, sondern im chinesischen Yuan an. China ist mit anderen Worten in fast jeder Hinsicht auf dem aufsteigenden Ast. China ist durch unterschiedlichste Technologien und vielerlei überraschende Entwicklungen weltführend geworden. Selbst für die Schweizer Uhrenindustrie ist Hongkong mittlerweile der mit Abstand wichtigste Partner. Dorthin verkaufen die Schweizer Firmen fast doppelt so viele Uhren, wie etwa in die USA, ihrem zweitwichtigsten Markt. Seit Beginn der Massenproteste in Hongkong reduzierten sich nun aber die Uhrenverkäufe allerdings schlagartig, bereits um 8 Prozent, was nicht allein die Schweizer Uhrenindustrie in Sorge versetzt. Auch zahllos andere Unternehmen, die ihre Hoffnung völlig auf Hongkong oder Asien gesetzt haben, werden gerade spürbar erschüttert und verunsichert. Und hier liegt der Punkt. Im Gegensatz zu den lauten Sanktionen gegen Russland allerdings erst manipulativ durch taktisch verunglimpfende Medienberichte. Es wird mit anderen Worten indirekt und tückisch eine Angst vor Handelsbeziehungen mit China geschürt. Solche Negativberichterstattungen bewirken nachweislich immer wieder gezielte Zusammenbrüche, an der Börse knallharte Sanktionen auf allen Ebenen. Und diese sind strategisch äußerst gut durchorganisiert, geschickt getarnt und kommen auf leisen Pfoten, einleuchtender Vorwände daher. Doch wer stört sich da an Chinas wirtschaftlichem Aufstieg? Wer würde von Chinas Schwächung profitieren? Diesbezügliche Antworten gaben bereits unsere Sendungen vom 29. März 2014, mediale Hinrichtungen und Spiegelwirkung vom 14. Mai 2014. Bitte studieren Sie diesen unseren neuen Themenblock zu China immer wieder aufs Neue, damit auch Sie künftige Entwicklungen in China schneller verstehen und besser einordnen können. Was in China gerade wieder vor sich geht, ist für das geschulte Auge bereits ein alter Zopf. Ein und dieselben Abläufe wiederholten sich doch in der Vergangenheit von unser aller Augen bis zur Ermüdung. Von Afghanistan über den Irak, über Libyen, die Länder des sogenannten arabischen Frühlings, bis hin über die Ukraine und Syrien, zeigte sich immer ein und dasselbe Muster. Aufstrebende Nationen, die zum Teil kurz vor ihrer völligen Unabhängigkeit standen, allem voran von ihrer Loskopplung vom US-Dollar, wurden gezielt okkupiert. Okkupiert, meint, von politisch durchorganisierten, gut ausgebildeten Unruhestiftern unterwandert und aufgewiegelt. Aus zuvor friedlichen Demonstranten entwickelten sich dann aber zunehmend brutale Exzesse, blutige Auseinandersetzungen und zuletzt unkontrollierbare Ausschreitungen. Schon lassen die Mainstream-Medien wieder irgendwelche ominösen Zeugen zu Wort kommen, die anfänglich skeptisch sich dann doch zu den Demonstranten gehalten hätten, weil diese von chinesischen Ordnungskräften brutal behandelt wurden. Natürlich findet es niemand in Ordnung, wenn mit Tränengas und Pfefferspray gegen harmlose Demonstranten vorgegangen wird. Doch kennen wir das nicht alles bereits vom Maidan her? Daraufhin wird für gewöhnlich der weltweite Ruf um mehr Demokratie immer lauter. Gerade heute wieder jubelten die Systemmedien das Begehren eines 16-jährigen Demonstranten aus Hongkong hoch, der lautstark mehr Demokratie fordert. Irgendwann tritt schließlich die selbst erwählte US-Weltpolizei in Erscheinung und schiebt die Schuld für alles ihren Gegenspielern, den sogenannten diktatorischen Regierungen, in die Schuhe. So nämlich, wie man im Schnee die Spuren aller Tiere genau voneinander unterscheiden kann und so wie die Tatzen, räuberischen Bären immer die gleichen Ausdrücke im Boden hinterlassen, so hinterlassen jene Kräfte immer wieder die gleichen Spuren, die seit Jahren ein Volk nach dem anderen destabilisieren und zu Fall bringen. Alles deutet wieder darauf hin, dass vom arabischen Frühling bis nach Hongkong ein und dieselben Agitatoren am Werk waren. Vor allem einer Nation aber würden die totale Schwächung Chinas großen Nutzen bringen, den USA. Warum den USA? Naja, China gründete doch gerade im Juli 2014 zusammen mit Brasilien, Russland, Indien und Südafrika eine eigene Entwicklungsbank. Diesen jüngst von dem US-Dollar abgekoppelten Staatenbund nennt man BRICS-Staaten. B steht für Brasilien, R für Russland, I für Indien, C für China und S für Südafrika. Bitte nehmen Sie sich Zeit, unseren Themenblock zu China, insbesondere die Beiträge, mediale Hinrichtungen und Spiegelwirkung aufs Neue zu studieren. Eine Stabilisierung der Weltlage kann nur eintreten, wenn die listigen Kriegstreiber von jedermann erkannt werden. Wir dürfen uns von denselben nicht mehr länger aufwiegeln, spalten und beherrschen lassen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wenn eine Weltmacht wie die USA ihre Vorherrschaftsstellung erhalten und ausbauen will, was wird sie dann tun? Richtig, sie wird nach neuralgischen Punkten, das meint nach Schwachstellen ihrer größten Rivalen suchen und diese vorab geschickt einer medialen Exekution zu überliefern. Wer die größten Rivalen der USA sind, weiß heute jeder. Es sind Russland, Iran und China. Aber auch Saudi-Arabien ist aus dem gleichen Grund wie schon Libyen gefährlich geworden. Wie sich schon Libyen vollständig von seiner Staatsschuld befreit und somit vom Dollar unabhängig gemacht hat, ist auch Saudi-Arabien mit seinen 3,6% Staatsschulden diesem verheißenen Land gefährlich nahe gekommen. Vergleichen wir nun einmal all diese Fakten mit den Weltnachrichten vom 27. März 2014. Erleben Sie dort live mit, wie vom ersten Knopf an strategisch an der Demütigung von Hauptrivalen geknüpft wird. Der neueste Bericht von Amnesty International zeigt wieder, wie man das macht. Es beginnt ganz unscheinbar mit dem Bericht, dass letztes Jahr weltweit 778 Menschen hingerichtet wurden. Soweit so schlecht, dann aber geht's direkt zur Sache. Jetzt wird diese an sich kleine Zahl gezielt aufgeblasen und ausgeschlachtet. So heißt es weiter, ich zitiere, Sehen Sie, wie das geht? Auf einer bloßen Vermutung wird zugleich eine Hypothese, sprich Unterstellung aufgebaut. Die Selbstrechtfertigung für diese Hypothese ist simpel. Beachten Sie auch während dem nächsten Zitat, wie durch bloße Vermutung dennoch knallharte Unterstellungen herangebildet werden. Ich zitiere, China behandle Angaben zu Todesstrafen wie ein Staatsgeheimnis, schreibt die Menschenrechtsorganisation. Amnesty International schätzt, dass in diesem Riesenreich auch letztes Jahr Tausende von Gefangenen getötet worden seien, viel mehr als im ganzen Rest der Welt. Sehen Sie, verehrte Zuschauer, und schon ist eine Verleumdung geboren. Das mediengläubige Volk wird diese Verleumdung von eben diesem Zeugungsmoment an jedem Stammtisch herum erzählen und die Seele der Völker beginnt zu kochen. Zu kochen gegen wen noch einmal genau? Gegen China natürlich. Doch die strategische Demütigung der Hauptrivalen geht noch weiter. Beachten Sie, wer da noch weiter ins Spiel kommt. Ich zitiere wieder. Abgesehen von China sind es einige wenige Länder, in denen 80% der Hinrichtungen weltweit vollstreckt worden sind. Nämlich Iran, Irak und Saudi-Arabien. Zitat Ende. Und schon haben wir alle Hauptrivalen hübsch zusammen. Das Sahnehäubchen setzte Amnesty International schließlich dem Iran auf. Auch dem Iran gegenüber rechnet die Organisation mit hunderten von inoffiziellen, also nicht bestätigten, Todesurteilen. Naja, man kann ja trotzdem schon mal laut in die Welt hinausschreien, was man da an lauter Vermutungen mit sich herumschleppt. Natürlich endet dieser Bericht dann auch mit einem Hinweis auf einen insgesamt eher positiven Trend in allen übrigen Ländern. Und wenn man sich auch mit freuen kann, dass in insgesamt 140 Staaten die Todesstrafe abgeschafft wurde, so bleibt doch die große Trauer über die Tatsache bestehen, dass die Massenmedien von Tag zu Tag mehr Menschen auf dem Gewissen haben. Zum einen, weil die Zahl von Selbsthinrichtungen wegen Medienmobbing von Tag zu Tag ansteigt. Zum anderen, weil durch die Medienkriegshetze ständig Zehntausende in den Krieg umkommen. Sind Sie auch medienmüde? Dann bleiben Sie dran mit uns bei Klagemauer TV. Diese Welt braucht Sie. Dann bleiben Sie. Dann bleiben Sie. Dann bleiben Sie. Dann bleiben Sie. Vielen Dank.